willkommen bei kurze kocht wir haben es wieder hinter uns gebracht heute in schweigen rechtenbach im restaurant vom deutschen weintor der mark ist der chef hier und wir haben lecker gekocht mark präsentiere das gericht ja wir haben einmal unser sauerbraten vom rinderfilet mit rotkrautmus und herzfülligen polenta extra extra für dich ist ja auch eine tolle idee gerade jetzt so für valentinstag kann man ganz leicht ausstechen diese förmchen die bekommt man überall im handel ja ja einfach ganz normal im küchenhandel kriegst du herzen ja viel spaß beim nachkochen das rezept auf rpr1.de so